Ey, ich schließe einen auf mich. Direkt vor uns läuft einer auf dem Feld, Chris. Auf der Straße, da, da links. Du machst den Fuhrpark hier drin, Alter. Erster Humvee ist voll. Komm rein, rein, rein. Wir können sogar zwei Humvees und... ...und ein Wotnik-Mann. Warte, wie viele Leute sind wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das passt perfekt. Zwei haben WGPK, zwei und ein Wotnik. Wookie treffen, Alter. Lass mal den Busch bilden. Jetzt müssten wir ein Lagerfall in die Mitte machen, damit alle anfangen zu brennen. Zicke, 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 zicke. Oi, oi, oi. Ja, immer der einzige ist. Ja, immer der einzige ist. Äh, ich hab Angst. Oh Gott, oh Gott, ich bin, oh Gott, ich bin an der Deck. Oh Gott, ich fliege, oh Gott, ich bin tot. Nee, ich bin ohnmächtig und der Humvee fliegt. Oh Gott, er ist explodiert, ich kann ihn gecheckt machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, oh Gott. Silber, du hast alles miterlebt, oder? Ja. Komm. Komm erst mal rein, komm erst mal rein, erst mal rein. Äh, ach so, ja, ich, Entschuldigung. Ich hab mich aus Panik geblutet. Wo ist der Humvee tot? Nein, nein, Humvee braucht vier Reifen. Und, äh, Scrap Metal. Guck dir bitte auf die Eingangstür, ja? So, mach sie gerade mal zu. Ich muss mir ungefähr denken, wo der hinfährt, also wenn das vier ist. Äh, hier rechts vorne. Was ist der SUV? Bemannt, bemannt. Fahrrad drinne. Okay, Ami, stopp. Ja. Das ging schnell. Oh. Entschuldigung. Hat er ne schöne Waffe dabei gehabt? Ne DMR. Gut, erst guck mal, du deckst. Äh, ja, Magazin, du konntest mir reinlegen. DMR. Also bei euch ist das ja so, auf alles schießen, was nicht uns gehört, ne? Genau, alles was nicht im Fahrzeug ist, tot. Wir sollten, ähm, von hinten an den Sniperhill ranfahren. Zumindest vielleicht ein Team. Guck mal, hier links und rechts die Häuser auch ab. Mhm. Weil hier sind auch Zombies und einer ist eben geraged, äh, Richtung Kirsche. Deswegen wollte ich mal reingucken. In der Baracke ist was. Okay, also habt ihr hier die Zombies überfahren, oder wäre er das mit der AKM? Also es war auf jeden Fall im Military Zelt ein toter Zombie drinne. Rauchgranate? Äh, das ist Rauchgranate. Äh, die kam von hier unten, die kam von rechts unten. Ja, ja. Wut da f**k, alter. Ich will den, nee. Äh, ich vermute mal hin, ja, ja. Ich habe ihn glaube ich getroffen. Fahr nochmal zurück. Den hole ich. wo ist er denn dahinter hinter der der kleinen hütte da und diese nicht hinter der scheune einfach hinter der kleinen ding zu schaust vom busch ja ja kommt ihr bitte zur zur scheune da der ist in der kleinen hütte drinnen im facility spawn ja auf der seite von botnik sollte er sein alles klar so sieht es also aus auch nicht schlecht auch eine coole idee haben so ein schönes verbindungsstück hier gebaut finde ich gut das war dass man durch die braune schweine durchschießen kann ist niemand zu hause der konvoi wird gerade überfallen wollen wir da hin ja ja okay also wir treffen uns mit botnik am besten beim konvoi jocke um den weg hier hoch zeigt der wurde jetzt geklärt scheiße drei kilometer noch ja egal aber wenn er jetzt regiert worden ist dann können wir jetzt noch hin und dann erwischen wir ja 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 ich bin da im gunner ich wäre dafür dass wir die konvoi missionen ja alle konvoi seid ihr da ja ja doch oder nee also ich sehe die die supply kiste nach süden sind sie nicht abgehauen also sind sie nach norden ja hinterher der her direkt weiter nein mhm wieso tot bei wieso tot auto ist ausgepackt was weiterfahren ja recht die frage sind die hier lang gefahren wo sind die hin Naja, wohin könnten sie sonst gewählt sein? Wenn sie in die andere Richtung gefahren wären, würden wir sie ja noch halbwegs abbekommen haben oder die Hörner oder so Kann aber sein, dass sie in die Idioten und jetzt schon längst über alle Berge sind Ich hab jetzt aber ordentlich in die Box geguckt, habt ihr reingeguckt? Nein Ey, ihr schließt an auf mich Was? Wo? Blute, direkt am Konvoi Okay Willkommen Scheiße, Mann, ich blute, ich bin tot Ja Was mit Lava? So, wo kam der? Schuss? Ja, die standen direkt am Konvoi Okay Okay Lol, Alter ey Sag doch mal, ich glaube, das habt ihr noch markiert Ja Der kommt, 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 der hat mich noch nicht bemerkt, der hat mich noch nicht bemerkt Bist du auch noch beim Konvoi? Oder was? Der sitzt noch im Wagen Ah, okay Der hat mich noch nicht bemerkt Dann spot mal ein bisschen Hinten sieht drinnen aus Ich fahr jetzt, ich fahr jetzt Tringen die Karre weg, ja Und die sind genau am Konvoi, ja? Ja Ja Alle in den Westen Heißt das im Wald oder noch auf dem Feld? Ja, ja, im Wald, im Wald Okay, also Ja, des Waldes Also sie sollten jetzt von unten kommen, Silber, ne? Ja Okay Direkt vor uns läuft einer auf dem Feld, Chris Auf der Straße, da, da links Bei uns auf dem Feld, haben wir das? Ja, Treffer, Treffer, ist okay, ist okay Der wird blut Links ist der Wotnik von uns, ne? Ja, 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 die sind alle hier vorne, hier vorne sind sie alle Wo hier vorne? Hier, wo ich hänge gerade, wo ich hänge? Ich war vor einem Rechts von uns in der Tanne Rechts vorne in den Bäumen An, im Wald da Hier, hier, hier Direkt vor uns, direkt vor uns Ich... Hier vor uns, vor uns, vor uns Vor uns Ich hab getroffen Ja, ja, du hast ihn, du hast ihn Ja Wo vor uns? Direkt in der Tanne Links vor uns im Wald Walsche Tanne, also rechts Guck die Bäume ab Ich müsste Felix looten, da ist der Schlüssel drin, der Fennig, Wotnik Machen wir gleich Dann könnt ihr ein Dreieck um mich rum machen Diesmal sicherheitshalber hier drauf Warte, bleib mal stehen Okay, Domi, no tag, no, äh, ist er auch tot Nice Erstmal Dankeschön an, an, äh, Exokai Large comeback for the win Ja, Suga möchte dann noch seine Mutter grüßen und, äh Ja, und auch noch schöne Grüße, Mama Habt schon geschlief, das Essen hat gut geschmeckt Oh, da kommt ein Oral, Felix Was, bei euch kommt ein Oral? Der will mich überfahren, Alter Wo bist du denn auf dem Weg? Der hat mich überfahren Really? Oh Gott Okay, wo ist denn? In welche Richtung? Vielleicht in du, Lina Wir, wir, wir sind gleich da Ja, wir haben noch ein bisschen vor uns Geiser, da ist er vor uns Fabian Da ist noch einer auf dem Feld G, G, M, A Ja, das ist der, der Lorenz, ne? Der läuft auch noch hoch Jo, ich bin der mit der Machete Achso, okay Glück gehabt Da ist, äh, SUV oben SUV, mach kaputt, mach kaputt Ja, ist Fünf Ja, noch einer von den Gästen Ja, hier konnte nur einer sein, wir müssen vorsichtig Oh, es tut mir leid Ja, aber wie schön das da steht, von David Mannberg Ja, aber wie schön das da steht, von David Mannberg Nein, Divat Mannberg Ach, Divat Mannberg Ach, Divat Mannberg Ach so, Scheiße Ja, ich hab automatisch direkt David gelesen, ohne Witz Ich glaub kaum, dass jemand, ne, ne, ein Konvoi aus zwei Ham WGBK M2 und ne Botnik 2PK verfolgen wird Mit nem Motorrad oder so Und nem Fahrrad Da steht er so vor Kommt so ein Mountainbiker nachher Ja, ja, ja Oh, die ist leckig, die ist leckig Er kommt so ein ATV Und flippt erst mal Er ruft sich so mit einschmuggeln, weißt du Ja, tu den, tu den Ich denke bei einem Botnik Schieß mich nicht ab Immer an Rittersport War drahtisch praktisch gut, ohne Witz Hm Ah, vor uns ist ne Moonbox, Leute Was? Genau, vor uns, vor Fabian Was ist da? Moonbox Was ist das? Ähm, die kann man kaputt machen und dann kriegt man da Zeug raus Oh, dann, dann Dann, 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 dann Wo bist du, wo seid ihr denn? Ah, diese Box, ich hab schon mal versucht, die kaputt zu machen Ja, mit ner Crowbar ist die kaputt gemacht Versucht Ja, mit was denn? Ach, da vorne Da muss man zerschießen Noch nicht machen Okay, zerschießen mit, nicht mit dem 2, mach's mit der PKP Okay Ah So, jetzt dauert's kurz, kurz und jeder, der ne Crowbar und ne Toolbox dabei hat, kann da abbauen Bei mir geht's schnell, ich bin schon bei 2 von 3 Du siehst du, ich hatte's nämlich auch direkt Und Oha Oh, jo Oh, NATO Nice Tuma hat sogar, äh, Minigun Munition bekommen Jo Also nach der Aktion müssen wir auf jeden Fall tanken Wir haben 2 Drittel vom ersten Schritt, äh, vom 1 Drittel Ne, wir haben, wir haben nur noch 1 Viertel Das ist, das ist, das ist kein Drittel, ja Weil so hinter das da haben wir, der hat, äh, ja, die Hälfte circa Das ist ein Drittel von einem Drittel Ja, nein, das sind 2 Drittel von einem Drittel Äh, mein ich, also 1 Drittel von 2 Drittel ist, nein, also 1 Drittel von 1 Drittel ist, nein, ja, genau Wir sind gleich da, nicht, dass ich dich abknalle, äh, ist der direkt bei der Hostage, oder was? Ja Okay Warte, steig mal ein Der ist ja nicht schön, wenn ich die Hostage abknalle, ne, aus Versehen Nein Könnt ihr mir kurz Koordinaten durchgeben, dass ich mich das markieren kann? So, hier vorne Ja, ähm Warte, er liegt wieder, er liegt wieder 134, 111 Da ist er So, Appen Oh, Eugen, der ist friendly Ich bin drinnen Eugen ist disconnected Verständlich Also Eugen hier im Video nochmal unsere offizielle Entschuldigung Aber, so ist das Leider Das ist wegen Daisy so Genau Hast dich wacker geschlagen Da, Botnik ist unser, ne? Der da kommt Ja Okay Ne, der bleibt da stehen, guckt uns an So ein Sideshare-Jub und so Hallo Friendly, friendly Die Leichen, das waren nicht wir Ich will den Mossi irgendwie nicht stehen lassen Junge Es war aber auch verlockend, ne? Irgendwie Hat auch schon mit ihm geschlagen Das Ding ist nicht explodiert Nein War das Larva jetzt? Wer hat ihn denn erschossen? Ja, Larva, alter Na, Larva, du bekommst gleich von mir richtig das nächste Mal sehr Ohne Scheiß, egal was du machst Auch wenn du mit 10 Briefcases gibst eine Kugel im Kopf Das war wirklich verlockend, das müsst ihr zugeben Ich hatte auch schon drauf gezielt Das war ein bisschen Das war ein bisschen Das war ein bisschen Das war ein bisschen Das ist ein Hambi, das ist gerade so in den Wald gefahren Vor der Tankstelle kurz davor Äh, was? Ja Wir sind mit den Hambi so nicht da Oh, hier ist ein Hambi Was für einer? PK-2? Ne, ohne Das war dich das her Überwegt Wo bist du gerade? Bei der Tankstelle zwischen Cherno und Balota Okay Versucht die mal ein bisschen aufzuhalten Wenn man so, hey Leute, was geht ab? Bloß so ein bisschen Smalltalk, ich muss euch aufhalten, meine Freunde kommen gleich Ich lese denen aus dem Buch vor Genau, lese denen aus dem Buch vor Und Peppers Aufwolken, vor uns Kann ich hier durch den Zaun durchfahren? Was heißt vor uns? In den Wald, oder? Mach, mach Zaun, mach platt, mach platt Wir fahren hier mit daher Da oben, oder was? Dann wird das der Hambi sein, aber der wird sich abfacken jetzt Da vorne, da vorne Ja, da vorne fährt er Links vor uns, äh, Skummer Hinter den Tarn Kann ich mit dem Gunner gehen? Ja, ja Kann gar nix, nee Nee, kann ich nicht Im Wald da vor uns, ne? Also, auf unserer Seite Ja, ja, die fahren Hinter den Berg Ja, die fahren wieder runter Okay Okay Oh, die, oh Ich seh nur Rauch in den Wäldern vor uns, wir sind ja ganz hinten Nice Wenn sich auch gejagt fühlen Oh je, die Obstkantrage Vor uns, vor uns, Kummer Ja, ey, ich kann's doch nicht Da vorne Vor uns, jetzt Links, links, links Ja, reifen ab, reifen ab, stopp, 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 reifen uns ab So, jetzt noch den Spieler, da Vorne haben wir 2, 2, 2 Einer tot Stop, 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 stop Nicht mehr haben wir sich Nice Der süß mit der halben Mauer, ey Liegen Leichen Ja Okay Ich weiß nicht, ich traue mich nicht ganz die Mauer kaputt zu fahren Nee, nee, machst du lieber nicht Aber das ist halt doch schlecht gesichert Die Mauer bringt ja nicht viel Wobei die Tanktrap Kids Die sind stabil gesetzt Das muss man sagen Wenn sie nicht, also Wenn sie einen Plotpol haben What the fuck is wrong with you, man? Ja, ist schon gut gesichert Ja, egal, lass weiterfahren Lass drauf Also sie haben genug Tanktrap Kids Ja, ich glaube auch Respekt Macht auch keinen Spaß Die aufzustellen Nee, sicher nicht Wahrscheinlich einfach so 102 Leute auf einmal Einfach einmal herumgestellt und aufgestellt Zack Zeitsparend Allein dabei sind wir wahrscheinlich 20 ums Leben gekommen Einfach beim Tanktrap Kids aufstellen Also ich sehe da echt nicht einen NPC Bugs spawnen Nein, da gibt es keinen Freeload Da gibt es dann gar nichts Freeload Nee, warte mal Die Bots, die patrouillieren ja auf der Straße unten Schnell so, da muss man anschießen Wo denn, wo sind die? Die unten auf der Straße Ja Ja, die sind da Ja, ja Noch mal Feuer öffnen, Silver, oder? Ja, ja, ja Wenn ihr mir mal sagt Okay, bleib Ach da, halt, du Scheiße Koordinaten? Direkt bei der Bei der Hostage Musst höher ziehen Heißt, die Bots laufen dann so dumm rum, oder was? Mhm Du bist auch tot Soll, wo die mir da langlaufen Ah, einer rennt jetzt Wo bin ich denn die M110 hingemacht? Oh What the fuck Oh, äh, von wo? Schießt der? Alter Alter, von wo? Du schießt von diesem einen Holzzorn Wir machen platt Ja, ich sehe ihn, ich er ist hinter dem Holzzorn Nee, der schießt nicht, der schießt noch einer Oder? Achso Ja Von wo? Ich weiß echt nicht, von wo Also da hinten sehe ich mal welche Aber das seid ihr wahrscheinlich Am Ampli, ja sind wir Ich gebe mal einen Schuss in eure Richtung Äh, aber ich habe keine Munizierung mehr Fuck Ich bin hier an der M11 Warte, ich sehe da einen langlaufen Ich gebe mal einen Schuss in die Richtung Pass auf Kam da was bei dir an, jetzt? Ja Okay, gut Ich werde Wo? Ich habe keine Ahnung, von wo man Da wo ich hinrenne, da ist einer Habt ihr? Ja Sie haben ihn Hat einen? Ja, das war der letzte Objektiv-Complete Ja Alter, er hat sich nicht reichen abgeschossen Kann man Little Birds, äh, kaufen ohne? Okay, ähm, wo muss ich hin? Wo war der? Not Us Not Us Ist der, achso, oder Der ist unter Novi Also genaue Koordinaten Unter Novi, okay, ist gut Ähm Bis 70, 86 Und Little Birds kann man einfach so verkaufen Äh, oder kaufen Ohne jetzt Standing Ja Cool Kannst du auch einfach beim Trader kaufen Jetzt weiß ich halt nur nicht, wo das Teil spawnt, wenn ich mir jetzt ein Little Bird hole Ja, ja, wahrscheinlich genau auf dem Ne, genau auf dem Little Bird, glaub ich Ach, scheiße Ah, ich versuch's, ja, was anderes Bleibt mir ja jetzt nicht Ich werde auf jeden Fall irgendwann Die Sandstein ja irgendwann eh wieder umgestellt Und dann wird das mal richtig sortiert von mir Bla, bla, bla Okay, ja, der Little Bird steht Jetzt zwischen dem anderen Little Bird und der Mi Das ist super Einfach mal gucken, was passiert, wenn ich die Engine starte Ich meine Im schlechtesten Fall habe ich eine gute Aufnahme Ja, geh doch rein, starte den Motor und den checkt du wieder Ja Oder schieß drauf Ist lustig, das Ding piept jetzt schon Äh, alles ist explodiert Ja, ich muss sagen, ich habe noch nie so viele Leute in einer Folge umgebracht Äh, tut mir natürlich leid an die Äh, hier mal die Liste von allen, die draufgegangen sind Ruht in Frieden Äh, ja Es wurde sich allgemein mal gewünscht, dass ich mal ein bisschen mehr PvP mache Und ich selber immer draufgehe Deswegen, ich hoffe, ihr hattet Spaß Äh, und an alle, die dabei draufgegangen sind Äh, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben Äh, ich hoffe, ihr findet es am Ende nicht zu schlimm So ist nun mal DayZ, ne Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen Oder wenn ihr das Video sogar mit euren Freunden teilt Das wird mir sehr helfen Und ansonsten würde ich einfach sagen, bis zur nächsten Folge Die kommt wie immer Montag Äh, und Sonntag wie immer die Weekly News Also würde ich sagen, haut rein, lasst knacken Und bis dahin, ciao Arschloven Taylor Untertitelung des ZDF, 2020